Speichert haben wir es jetzt längst rein, ich weiß. So, ähm... Ja, gell? Okay, na dann wollen wir mal. Gehst du vor? Ich vorgehen? Wer von uns geht vor? So, weißt du was? Ich schau mich hier nochmal um, ob da noch mehr liegt. So, und da sind die leeren Pistolen, die wir abgelegt haben. Hier oben sind wir gekommen, da gibt es aber auch nichts. So, ich habe noch ein Mini-Geschützturm, das ist auch nicht verkehrt. Da lag noch Munition rum. Ich wünsche, die könnte man wieder aufnehmen. Naja. Ein Geschützturm haben wir ja noch. So. Ich soll wohl vorgehen. Na toll. Ein langer, dunkler Gang. Wisst ihr, warum ich so etwas hasse? Ich könnte es euch vorstellen, weil immer irgendetwas passiert. Ich höre schon wieder dieses... Ich glaube nicht, dass die viel gewollt hat. Ich bin doch uns jetzt sicher. Ich bleib schön hinter dem Kerl. Ähm. Was zum... Was ist das? Nagelkanone, Lieblingswaffe. Kommen wir hier rein? Nein. Was zum... Ne, du mal vor. Was ist das? So, ich schnapp mir hier mal. Madcat. Sie gehen voraus. Ich gebe Ihnen Rückendeckung. Danke, du mich auch. Was zum... Was zum... Was war... Das für Viecher. Hier hast du... Ganz reinkommen. Ähm. Ähm. Okay. Was zum... Fick. Ach, jetzt klingt eigentlich nur noch ein Telefon. Ist ja klar. Will ich da jetzt wirklich rangehen? Ich speichere es mal ab. So. Ich wusste es. Ich wusste, dass so etwas passiert. Genau. Wie er es gesagt hat. Ja. Leck mich einfach alle. Es ist... Werden jetzt passiert was? Nicht? Ich bin erstaunt. Speichern wir jetzt nochmal ab. Solange wir sicher sind. Ich trinke nochmal schnell einen Schluck Kaffee. Und ja. Hallo, Freund. Da hinten. Kommst du? Oh, sonst muss ich die Tür selber aufmachen. Ähm. Ja. Ich hasse so etwas. Was ist das hier in der Sackgasse? Oder? Ja. Sackgasse. Oh. Juhu. Wir haben ein Level geschafft. So. Situation. Die überlebenden SSEGD haben im Auburn Memorial Hospital einen Evakuierungspunkt eingerichtet. Begeben sich zusammen mit Holiday zum Medical Center. Die technische Offizierin Yin-Sung-Gwon von Vier ist allein dorthin unterwegs. Mission. Durchqueren sie zusammen mit Holiday den Lagerhausbezirk in Richtung U-Bahn. Die U-Bahn-Trasse führt zu einem Terminal in der Nähe des Auburn Memorial Hospital in der Innenstadt. Okay. So. Durchqueren sie den Lagerhausbezirk. Ich bin gerade auch schon wieder unterzugehen mit der Framerate. Wie ihr gewiss schon mitbekommen. Interessant. Und wenn ich mich bücke. Geht die Framerate wieder höher. Was zum Fick. Hm. Oben ist ein Rabe. Wenn wir den tun schießen. Hat's ja sticht. Lol. Das ist wirklich. Ach. Den Müttern hab ich nur umgestoßen. Ach. Das ist wirklich. Interessant. Wenn ich aufstehe geht die Framerate teilweise runter. Ja. Ich. Ich auch. Ich speichere ab. Ah. Ist B-Gler. Was war das? Uh. Nett. So. Was haben wir hier? Sensorgranaten nehmen wir auch mal auf. Das hier können wir nicht aufnehmen. Gut so. So. Ich will aber lieber. Checkpoint wird gespeichert. Ähm. Mit der Nagelkanone rumrennen. Die hab ich doch am liebsten. Da ist wieder ein Rabe. Oh. Nett. Wenn das so ist. Scharfschützen. Ich seh keine Scharfschützen. Aber das bedeutet nur, dass es entweder keine da sind oder dass sie gut sind. Oh. Hm. Mute. Wir müssen hier lang. Schön vorsichtig sein. Ach egal. So. Weil umschauen. Hier könnten irgendwelche Dinge versteckt sein. Hm. Du bist noch da. Ja gut. Eieieieieieiei. Scheiße. Solche Sachen. Wenn überhaupt nichts passiert. Pass auf deinen Hintern auf. Aus dem Lagerhaus kommen noch mehr Soldaten. Oh. Oh. Wo sind sie? Ich hab mich grad an dem Geräusch erschreckt. So. Ich hab Soldaten rausrennen sehen. Ich seh keine Soldaten. Ähm. Rauch. Staub. Böse. Abjagen wir diese Basterne mal zum Teufel. Ja. Tun wir das. Was sind so? Granaten. So. Wo, wo, wo? Ja, ja. So. Medipack. So. Wo ist er hin? Der gehört zu mir. So. Weiter geht das. Ich schätze mal die Waffe lieber. Und weiter geht das. Ich stehe jetzt einfach lang. Unendlich. Hier müssen wir hin. So. Wie viel noch übrig? Hab's nicht gesehen. Einer, glaub ich. Hat er gesagt. Wo. Bist. Du. Das ist mein Freund. Hm. Genau. Hinter uns. Na, danke. Vor mir wäre mir lieber. Ja. Bäh. Okay, ich verstehe. Ich sollte hier weggehen. Zurücktreten. Nein, das war falsch. Boom. Chronischerweise die Leute, die hier langsam weggesteuert hat. Ihm hat sich überhaupt nichts gemacht. Checkpoint wird gespeichert. Medipack. Hier kommt man nicht rein. Warte auf mich. Tür zu. Geht nicht. So. Und jetzt. Und wer hier drin ist. Und weiter. Erstmal heilen. Überprüf das mal. Ich mach das Tor auf. Ja, wo war das? Los jetzt. Ach, ich verstehe. Ich soll hier rein. Oh, etwas das Schneider schießt. Los jetzt. Ja, wohin? Wahrscheinlich hinten lang oder so. Hm. Auf jeden Fall sind wir in Elf. Auf jeden Fall ein Dingspunkt. Das wollte ich sagen. Kann ich gerade keine Zeitlupe machen. Oh. Ja. Du kannst doch einfach hier rüber laufen. Naja, gut. Okay, wir treffen uns auf der anderen Seite. Ich kann wenigstens wieder Zeitlupe machen. Immerhin. Ja, da scheint das Tor aufgegangen zu sein. Hat sich ja auch böse angehört. Idioten. So. Was bist du? Oh, die Partikel-Waffe. Hehehe. Lieblingsscharfschütze-Waffe in diesem Spiel. Ja, ja, ich beeile mich doch schon. Ähm. Ah. Was war gerade das? Ich bin hier runtergehüpft, dann gab es halt den Blitz. Ich brauche hier Hilfe. Mir doch egal. Oh, kacke. Wenn ein Almar steht hier oben. Ne. Okay. Ah, Paxton Vettel. So. Medi-Pack. Ähm. Ja. Oh, das ist meiner. Okay. Na. Wurde nur nachladen. So. Und Z. Feind? Ja, Feind. Hälter. Hier explodiert hier alles. So. 14 Schuss. Ne. Doch, 14 Schuss habe ich mit der Waffe. Ja, und jetzt kann ich hier wieder runter. Soll ich hier oben bleiben? Noch jemand, der Ärger will? Das ist mein Kumpel. Oben ist niemand. Alles gut da hinten? Hm. Ja. Und nun bin ich hier oben und weiß nicht, was ich tun soll. Wenn Sie genug rumgeballert haben, würde ich gerne den Zaun darstrecke. Okay. So. Und abwärts. So, er würde dann den Zaun sprengen. Das heißt, ich muss wo lang? Hm. Wahrscheinlich hier wieder zurück. Ah, Checkpoint wird gespeichert. Sehr schön. So. Ja, ja. Bin ich. So. Erstmal Munition looten. Munition looten. Munition looten. Sagt ich. Hehehehe. Im Add-on sieht man das wenigstens. Das war ja im Hauptspiel auch schon so. Da wurde das nur nicht angezeigt. Munition liegt hier auch. Hier schauen wir mal ein Mediket rein. Hm. Oh, weiter. Ja. Ah, du willst vor. Ja. Damit wir die Tür nicht auch normal aufmachen können. Ich habe ein blödes Gefühl dabei. Ja, ich auch. Verdammt blödes Gefühl. Schnell speichern. Und einen Schluck Kaffee. Was wollten Sie damit wohl fernhalten? Keine Ahnung. Ja. Öffne die Tür. Ich mach's nicht. Oh. War. Ach, mach ich halt die Tür auf. Oh. Nett. Tod. Verderben. Da haben sich welche gegenseitig umgebracht. Ja. Warum auch immer. So, ich denke mal die Tür. Ei, ei, ei. Ich bin nicht gerade scharf darauf zu erfahren, was auf der anderen Seite liegt. Sie vielleicht? Nee, nicht wirklich. Nein. So. Geh vor. Danke. Oh. Nett. Es macht schon wieder... Wenn wir uns rausspringen. So. Nee, definitiv nicht. Was ist das überhaupt für komische Zeichen da? Geh da nicht drauf. Ungutes Gefühl. Warum tut er das? Nein. Nein, das muss ich nicht ziehen. So. Wow. Hilfe. Ich glaube, es war gut, diesen Mini geschützt um hinzumachen. Ähm. Okay. Lasst ihn in Ruhe. Ähm. Ja. Ähm. Ja. Ähm. Nett. Danke. Ich habe Angst. Und... Och. Ähm. Ja. Super. Aber er musste sich auch auf das Ding stellen. Ja. Toll. Wisst ihr was? Wir spielen das nächste Mal weiter. Damit hält es noch ein wenig zu genug Nervenkitzel für eine Aufnahme. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.